Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Tron mit Chantal, Faraday, dem Wolfi, Eichenzauber und dem Albtraum und 10 FPS. Ich weiß, das Bild ist unannehmbar. Ich habe keine Ahnung woran es liegt, ganz ehrlich nicht. Ich habe nichts im Hintergrund offen und es lag wie eine scheiß Hure ey. Hast du das böse H-Wort gesagt? Nein, ich habe nicht Hitler gesagt. Hast du das böse H-Wort gesagt? Jude. Alter. Ich weiß, das ist so fast unanschaubar. Nein, das ist so für Jörg Markthaus. Ja, Jörg, sorry, tut mir leid. Ich hoffe, nächste Woche habe ich noch einen Computer und dann läuft es besser. Aber er kommt einfach nicht an. Da ist Erfahrung schreien. Da ist kein Erfahrung schreien. Das war ein Erfahrung schreien. Ja. Betonung auf wahr. Ich kann mich nicht heilen. Wieso nicht? Weil es laggt. Ich kann nichts machen. Achso. Schlechte Idee, so zu spielen. Ich habe in der Aufnahme 10 FPS. Geht da voll. Ja, ganz toll. Ich habe auch nicht viel mehr. Nur 50. Das ist fünfmal so viel. Ja, das ist nur 50. Ja, dann nehmen wir jetzt ein paar zu auf und dann mal gucken, wie wir weitermachen, ne? Ja. Okay, es hängt. Und ich habe hier immer noch diese kleinen süßen Standbilder, wegen Windows 7. Ich weiß nicht, wieso die da sind, weil es wird echt schnell genug laufen. Aber es meint wohl, ne, ich möchte nicht. Jo. Oh, da sind wieder mehr Medians. Hallo. Man, hier ist nur mehr Medians, nicht mehr Medians. Es laggt einfach so schlimm. Was ist denn los bei mir? Habe ich doch schon. Kauf dir eine Maus. Habe ich doch schon. Bisher habe ich es nur gekauft. Ja, den PC habe ich auch bisher nur bestellt. Genau, so wie die Maus. Die kommt Montag an, hast du gesagt, ne? Ja. Da steht voraussichtliche Lieferung Montag. Versandend ist sie noch nicht. Oh. Okay. Meine Audiokassette auch nicht, die ich brauche. Mein Auto. Ich kann dir so lange eine von mir geben. Nö. So dringend brauche ich die nicht. Ich habe sie auch mal mit dem Superradio ausgehalten. Vor allem mit den besten Sendern. Und ihre scheiß Morgenshow da machen, die mich gar nicht interessiert. Nächste Stadt übrigens. Chang-Chi. Ding-Tong-China-Wanne. Wir müssen hier noch alles erkunden, ne? Ich möchte gar nicht. Ich war mir erst, ob sie das Feld hier gehen, weil es... Kurz was trinken. Oh, ich dachte. Arsch. Ein kleiner Lack. Geil. Okay, ich hatte gehören. Danke, PC. Oh, ich habe 11 FPS. Immerhin, einer mehr. Ich wette, sobald ich meinen neuen Computer habe, sterbe ich an Augenkrebs. Ja. Weil es einfach viel zu schnell für mich ist. Okay. Ich bin ja bei deinem Computer schon fast gestorben, Alter. Als ich TTT gespielt habe. Ja, T... TTT. Und das läuft sogar bei mir noch halbwegs flüssig. Für meine... Hast du das hier schon alles? Jo. Tschuldigung. Schade. Bitte. Das ist so... Wo gehen wir denn jetzt? Oh, es laggt. So schlimm. Auch dein... Auch der Server laggt. Auch der TS. Ich weiß. Ja, weil... Weil mein, ähm... Dings... Mein Windows meinte einfach... Du kennst doch die einfach mal updates, ob ich das gar nicht wollte. Wieso? Wieso sind hier einfach Katzis im Dorf? Ich bin gelähmt. Ich bin genau, weil die obert wurden. Aber hier stehen doch gleichzeitig Menschen im Dorf. Kurz was trinken. Wahrscheinlich sind Katzis, ob ich den Mauch geklärt habe. Krieger, Krieger! Tschüss. Ich habe sie gelähmt, die Noobs. Tabo ist einfach... War mega geil. Jo. Das Katzchen dreht die ganze Zeit den Stab... Ab da gerade? Und das Trank. Oh. Und dann habe ich... Sorry, ich habe nur noch 14. Ich habe auch nur 32. Mensch, das ist ja viel zu wenig. Ich hasse meine Maus. Worin gehst du eigentlich? Ah, kurz nach da unten. Bald. Ja, ich habe gerade übrigens schon wieder meine Maus beleidigt. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Aber ist das dein großes Katz-Tier? Nein, nur 1000 kleine. 1000 kleine Gelähmte, meinst du? Nein, 1000 kleine Laufende. 1000 kleine Verwirrte? Ja. 1000 kleine Tote. Oh, da ist ein Portal und ein Karbarnhändler und ein Gruner und ein Schein. Ja, endlich. Ich brauche einen Händler. Achso, übrigens. Was? Wir sind Katzen. Ich habe gerade mal meinen Wolf beschworen. Hast du den Frostschrein gerade wirklich übersehen? Nur, den wollte ich einfach nur nicht haben. Okay. Oh, da hinten sind noch welche. Oh, da will ich gar nicht hin. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich hier lang, ne? Über den Weg, über den ich gehen wollte. Den habe ich gar nicht gesehen. Du meinst so? Ne, komm, wir gehen mal hier lang. Miau. Miau. Ne, ich glaube, es gab noch einen anderen Weg. Ich glaube nicht. Ich bin gelähmt. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, es gab noch einen Weg. Nein, glaube ich nicht. Nein, es gab nicht. Ich war auch gerade auf der Karte. Nein, doch gesagt. 11 FPS, Alter. Ich kotze. Und ich habe keine Soundprobe gemacht. Scheiße. Ähm, wenn ich jetzt wieder viel zu laut bin, tut mir das leid. Ja. Beim nächsten Computer wird's dann... Tschang, haang. Hoang, ding, dong. China, fahne. Die Terrakotta-Soldaten sind nicht... Oh nein, Terrakotta-Soldaten. Oh Gott, es laggt. 8 FPS. Sind es Soldaten sowie? Ja, sind Maschinenmenschen. Dies sind schreckliche Zeiten. Oh Gott. Gott sei Dank dauert der Partner noch 11 Minuten, ey. Ich kotze. Den habe ich übrigens immer noch nicht freigeschaltet. Schau, was dir gefällt. Alter, was? 96 Leben, 142... Äh, 96 Rüstung, 142 Leben plus. Okay. Rüstung von mir. Die ich gerade gefunden habe. Kann ich nicht benutzen. Brauchst du Beinschienen? 72 Rüstung? Ich habe 72 blaue. Okay. Die habe ich noch seit Ägypten... Nein, seit Griechenland sogar noch. Okay. Aus dem Labyrinth von diesem... Der Terkin und Centaur. Ja. Geschicklichkeit brauche ich gerade nicht. Ich packe es trotzdem mal auf dem Lager. Äh, Feuer, Widerstand, Energie brauche ich gerade nicht. Blitzschaden. Brauchst du einen Ring mit Blitzschaden? Wahrscheinlich nicht, ja. Nö, Hammad. Gut verkauft. So. Na, ich guck mal, ist hier die Stott noch mal weiter an? Oh, was? Oh, guck mal, hier sind wir Feuerpangs. Feuer, fähig, ist egal. Hier sind Terrakotta-Daten, sollte ich kaputt machen. Und wenn du... Du kannst aber auch erstmal warten. Ja, und... Einfach, weil ich... Du lagst. Ja, ich hatte gerade ein Standbild. Im Kampf. Günstig. Hörst du mich jetzt wieder oder? Nee. Ja, ich hör dich wieder. Okay. Jetzt zwei Terrakotta oder drei Terrakotta, vier gezogen. Ich muss mal gerade vergleichen, was mir mehr Rüstung bringt. Moment. Gesamtrüstung 308. Böse Terrakotta-Krieger, lasst die kleinen Leute in Ruhe. Gesamtrüstung 186. Und jetzt mal hier, Händler. Scheinbar bringt mir das weniger. Wie lange haben wir noch? Äh, zehn Minuten. Ja, neun Minuten 36. Wieso ist, du würdest die Wand hier kaputt gehen? Wesen. Schnitt hier so rein, aber ich weiß nicht. So. Zum Caravanhändler. Was ist denn los? Wovon du dich nicht trennen kannst, das überlässt du mir? Hilfe. Lass doch noch nicht weiter. Hier ist doch noch eins. Hä, ich hab jetzt eins wieder fertig. Was ist denn los? Ja, ich bin nicht weitergegangen. Ich hab nur. Nein, nein, du bist nicht weitergegangen. Ich sehe das schon. Ich bin nur in den nächsten Hof gegangen. Jep. Oh, Zwiebel des Blitzes. Mögest du Sonne und Wind im Rücken und Flick in den Augen haben. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handwerkskunst an diesem Armband gesehen? Kannst du bitte deine Schnauze halten? Warte mal. Acht Stärke? Na, acht Prozent Stärke? Wie viel ist denn das? 68. Oh. Äh. Ach, nö. Jetzt muss ich wieder so einen Trick mit dem Schild machen. Okay, merke, das Schild muss ich immer auf Tasche haben. Welchen Trick? Äh, mein Schild bringt mir Stärke plus und ich kann die einen Armschienen nur deshalb anziehen. Und die machen sich selbst halt nochmal Stärke, deshalb passt das dann wieder. Du kennst es doch. Oh, die Tarkotterkrieger sind stark. Ach, wirklich. Ach, bist du schon fertig? Ja, ich bin schon fertig. Oh, die töten mich fast. Hast du das Portal aktiviert? Ja. Gut. Ich verbrülle die ganze Zeit irgendwelche Innenhöfe, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Okay. Ich versuch dir grad zu folgen. Oh, hier sind Genies. Oh, ich bin tot. So, die Stadt hab ich schon mal fast frei. Jetzt wird nur der Weg nach draußen. Also nach rechts unten, nach links oben. Was? Hier ist ja so ein Tarkotterkrieger. Ach, mein... ...lag das so. Ja, das ist richtig schlimm, ey. Ja, vor allen Dingen, ich hab die ganze Zeit irgendwelche... Ich hab die ganze Zeit so für eine Sekunde ein Standbild. Ja, ich nicht. Ich hab halt einfach nur 13 FPS. Die haben ziemlich krasse Schwerter alle. Ja, ich hab noch nichts gekriegt. Die Tür ist verschlossen. Gut, die Tür ist... Oh, nein. Da gehen wir nicht rein, glaub ich? Doch, kommen wir noch. Äh, wir müssen jetzt nur erstmal was machen. Aber jetzt nicht. Nee, die Tür ist noch verschlossen. Wir müssen erstmal was dafür machen. Alles töten was hier, wo der Umkreis ist? Ich glaub, die Terrakotta-Soldaten besiegen. Ich weiß es aber nicht genau. Nach rechts unten geht's weiter, übrigens. Danke. Für was? Na, für die Info. Okay. Dann gehen wir mal nach hier. Ich wär da oben noch nicht mehr überall. Ich schon. Ich hab mir jetzt in der Film angeguckt. Weil ich nicht wusste, was ich mach, Hansa, während du da alles gemacht hast. Oh Gott, es leckt so. So macht aufnehmen echt keinen Spaß. Ja, leider. Böser Magier. Lange keine Skelette mehr, oder? Ja. Hier ist ne Höhle? Was? Ganz Ägypten hatte, glaub ich, keine Skelette. Klar. In den Gräbern? Ja, doch, stimmt, ja. Ne, waren das nicht Zombies? Ne, da waren noch Skelette. Es gab doch diese Ske... Äh, diese... Dings... Dieses zu... Ja, ja, stimmt. Oh, leck. Und Bild? Äh, der hat... Normale Skelette gab's auch überall. Wo wir hin, um den Orient? Hatten wir noch keine mehr, mein ich. Hatten wir noch gar keine, glaub ich, oder? Hatten wir hier schon welche? Ach, doch, irgendwie, ähm, äh, in den Gärten. Da haben überall welche. Freddy, das ist ein Schild. Na, hier, wir gucken ja hier. Ich brauch sowieso kein Schilder. Schilder sind für Noobs. Na, das ist gar nicht schlecht, aber... ...nicht so gut wie meins. Die Tür ist verschlossen. Hä? Ja, wir müssen hier erstmal irgendeine Aufgabe machen. Ja, nach oben links, der ist noch weiter. Da ist ein langer Gang. Hier kommen wir auch irgendwo hin? Gewesen. Hier geht's raus? Ja, aber hier nach oben geht's auch noch weiter. Ich komm' ja schon. Wo bist du denn jetzt? Wo der Brunnen ist? Beim Marktplatz. Hier geht's noch nach oben. Ja, warte, ich komm' doch schon. Hier sind Terrakotta-Soldaten. Ich denke, wir müssen erstmal alle Terrakotta-Soldaten kalt machen. Ne, das ist hier noch Generäle noch. Okay, das war ein General. Ich verstehe ich diese ganze Quest hier nicht. Na, wir sollten Terrakotta-Soldaten in der Stadt besiegen. Ja, aber wir haben doch jetzt gerade alle besiegt, oder? Ja. Vergiss hier noch welche. Weil das nicht mehr in der Stadt ist. Oh Gott, leck. Standbild, wow. Ich glaub, wenn ich ein Standbild hab, dann hält das Spielgeschehen auch anscheinend. Gott sei Dank. Danke, Wunder 7, danke. Bionade ist super. Ja, du sagst auch noch, was du trinkst. Magst du keinen Bionade? Doch schon, aber ich würd niemals sagen, im Let's Play, was ich trinke, das ist Werbung. Dafür krieg ich kein Geld, das mach ich nicht. Ich krieg dafür Geld. Außer ich mach für das Werbung, was ich wirklich mag. Pisse? So wie bei Minecraft. Ja, es ist steril und ich mag den Geschmack. Also dieser Stun ist echt geil. Ja, das Lagen ist nicht so geil. Oh Gott. Ich hab nicht mich geheilt. Ich hab Bestandbild. Danke, Spiel. Ich hatte grad schon wieder einen extremen Lack. Ich befürchte echt, ich bin schon wieder viel zu laut. Keine Ahnung, find ich jetzt nicht so. Ja, für dich wahrscheinlich nicht. Aber im Gegensatz zu dir und dem Spiel bin ich wahrscheinlich viel zu laut. Ja, dann solltest du auf einmal sein Mikrofon zu verstellen. Ich verstelle es nicht. Ich stelle es halt nur jeden Tag hin und her. Ja. Warum hab ich so viel Stein? Ich bin nur sieben auf einer Saate abzuhalten. Oh nein. Ich hab... Das ist nervig hier übrigens. Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Ich weiß noch nie. Hast du Glück gehabt. Ach, der will so keinen Mana mehr haben. Müssen wir die alle töten? Ja, und er portiert sich die ganze Zeit weg. Wir müssen erstmal alle Kleinen töten. Er portiert sich bis nach... Er portiert sich bis ganz ans Ende. Dann kämpfen wir gegen ihn. Auf der Acht ist das. Ja. Losgerät, mach was. Jetzt hör auf, wenn uns herzulaufen. Ich treff die dann nicht. Der ist also ein Erdmagier. Ja. Und der Timer. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schaut bei mir jetzt mal auch wieder rein. Und haut hier rein. Tschüss. Ciao.